Wellness für die Liebe. Das ist die Spezialität des Hotels Bergergut. Wir haben einen über 1000 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit dem Whirlpool, mit dem Außenpool, das beheizt ist, mit Indoorwasserflächen, allen möglichen Saunen. Und speziell eben, um Loveness-gerecht zu werden, verschiedenste Angebote, die ganz auf die Zweisamkeit abgestimmt sind, die man auch wirklich exklusiv buchen und nutzen kann, wie den Private Spa, den man dann für zweieinhalb Stunden ganz exklusiv zur Verfügung hat. Wie das Whirl on Fire, wo man die zweisame Sinnlichkeit, den Badespaß quasi genießen kann. Wirklich abgestimmt auf Paar-Wellness.